WTF wo sind wir denn jetzt? Shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hallo, da bin ich mal wieder und ich habe ein neues Spiel für euch und zwar Small Radio Speak Televisions. Ist heute auf Steam rausgekommen. Und wir schauen da mal rein. Klicken einfach mal hier drauf. Dann stellen wir uns den Bildschirm erstmal auf. Größer. Ok. Keine fullartige Auflösung, alles klar. Zurück. Ah da, Fullscreen. Nicht Bild. So, jetzt haben wir hier ein Bildschirm. Ja. Sehr geil. Ok. Zurück. Ähm. Genau. Zurück. Jetzt muss ich mal ganz kurz reinschauen beim Aufnahmenprogramm. Jetzt ist das nämlich nicht mehr alles drauf. Ich kriege das auch irgendwie kleiner. Ähm. Na ja. So, jetzt passen wir das Ganze mal wieder ein bisschen an. Schiebe euch hier mal ein bisschen durch die Gegend. So. Und so. Jetzt haben wir's. Gut. Dann würde ich sagen, ähm. Starten wir over. Yes. Jetzt erstmal Intro anschauen. Also es geht irgendwie darum irgendwelche Kassetten einzusammeln. Das habe ich schon rausgefunden. Das ist schon mal ganz nice. Wenn man jetzt hier die Maus bewegt, dann kann man hier das Bild rauf und runter bewegen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was man machen muss. Ah, man kann jetzt die Tür rein. Okay. Kann man hier irgendwas sammeln oder so? Ah, hier kann man zunächst. Ah, okay. Cool. Gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal. Ähm. Kann man hier irgendwas anklicken? Verschiedene Türen. Hier sind wir reingekommen. Gehen wir mal hier rein. Da leuchtet irgendwas rot. Ah, da ist eine Kassette. Sammeln wir die mal ein. WTF? Wo sind wir denn jetzt? Shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert hier? Das ist das übelste Tropenspiel. Oh mein Gott. Was? 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 Okay, vielleicht kann man da ja irgendwas machen. Ähm ja, das hier will ich. Wie hieß die? forest. Ah, okay. Spulen wir uns mal dahin. Vielleicht kann man da ja. Okay, ah, okay. Ah, das ist immer die Landschaft hier, alle klar. gut okay dann gehen wir zurück nehmen wir die nächste türe okay ach so okay dann gehen wir mal hier durch da musst du ja auch gott da muss den krassen überblick behalten so gehen wir mal zu dieser tür herein hier waren wir aber schon mensch was ist denn das okay gucken wir dass wir hier rauskommen und irgendwie einen neuen platz finden so gedrayt nein ich will eigentlich irgendwo hier links lang aber anscheinend geht das nicht hier gibt es nur die zwei seiten aber kann man hier oben irgendwie drauf kommen okay das heißt da drin muss noch mehr sein aber da ist nicht mehr interessant hier raus gehen wir mal hä man kann hier aber sonst nirgends rein ich finde das erstes rein gehen wir mal hier rein vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen ne haben wir nicht okay 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 hier waren wir schon drin da haben wir die eine kassette eingesammelt okay okay oh gut mal sehen gucken vielleicht kann man da tatsächlich noch irgendwas machen beamen wir uns wieder in den wald hoher hey ist ja lustig man kann diese bäume ist ja cool aber man kann sonst nichts machen ne ist ja cool gehen wir zurück die ist aber sonst nichts das spinnweben zurück hier rein ach so man kann die türe auch aufmachen okay und zumachen ist ja cool aber bringt ja nichts wenn man sonst nirgends hin kann ich check das nicht ganz vielleicht können wir ja ich hier irgendwas angucken ne können wir nicht resume hm also irgendwie werde ich nicht so schlau aus dem ding das ist komisch hm sehr sehr seltsam ok okay würde ich sagen belassen wir es erstmal dabei ich gucke wie man da was weitermachen kann aber ich denke da gibt es bestimmt noch was ja erstmal soviel zu dem spiel ist ganz cool gemacht da gibt es dann verschiedene kassetten da gibt es bis zu 30 stück die man sammeln kann das weiß ich schon und da muss es ja irgendwie einen trick geben wie man da weiterkommt für mich mal schlau machen und wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder bis dahin Tschü-de-lü.